Die Apple Intelligence ist ein wenig greifbarer geworden, denn die ersten Beta-Versionen sind da, die es ermöglichen, dass man zumindest ein Teilpaket des Ganzen ausprobieren kann. Ja, das haben wir getan, aber es ist gar nicht so leicht in der EU, das zu tun. Auch das ist nur eine Geschichte für sich. Wie kommt man eigentlich dazu, als EU-Bürger dann eben das auszuprobieren? Das wollen wir hier thematisieren. Details gibt es jetzt in Mac & i Podcast Nummer 78. Ja, und damit herzlich willkommen. Mit dabei natürlich mein geschätzter Kollege, der mutmaßlich nicht unter Halluzinationen leidet. Hallo Leo. Ja, man weiß es nicht so genau, oder? Ich glaube, wir Menschen sind ähnlich wie die Sprachmodelle. Wir reagieren auf Höflichkeiten und manchmal halluzinieren wir. Ist alles ein und dasselbe, mehr oder weniger. Naja, nicht ganz, wie wir gleich merken, wenn wir uns den Funktionen von Apple Intelligence widmen. Ja, Leo, du hast ja jetzt die Apple Intelligence ja auch für einen wunderbaren Heise Plus Artikel ja schon ausführlich getestet, den wir dann ja auch dann verlinken werden in den Shownotes zu dieser Folge und den man natürlich auf Heise Online findet. Magst du denn überhaupt noch ohne Apple Intelligence arbeiten? Ja, das ist eine lustige Frage und es ist tatsächlich so, ich meine, das glaube ich, muss man vorweg schicken und das werden auch die meisten mitbekommen haben, dass ja nur ein Teil der Funktionalität oder der angekündigten Funktionalität von Apple Intelligence bislang verfügbar und testbar ist. Und trotzdem muss ich sagen, es gibt auf jeden Fall Elemente und da kommen wir dann im Laufe der Folge dazu, die ich jetzt schon wirklich nicht mehr aus meinem Alltagseinsatz missen möchte. Also das war etwas, was ich vorher nicht unbedingt erwartet hätte, aber man sieht, es sind auf jeden Fall kleine, sehr nützliche Sachen schon angelegt, die halt wirklich, die halt tatsächlich einen Mehrwert bieten, finde ich. Andere Sachen kann man darüber diskutieren und natürlich konnte man schon immer irgendwie auf JetGPT oder auf irgendwelche anderen KI-Apps ausweichen. Da hatten wir auch einen Test in der letzten Mac & I zu den KI-Apps, den großen, die es halt jetzt bis jetzt für das iPhone gibt. Also man hatte ja schon viel Auswahl als Nutzer sowieso, aber es ist halt was anderes, wenn dieses Sprachmodell oder die KI halt im Betriebssystem natürlich Teil des Betriebssystems ist und damit an plötzlich, sagen wir mal, nicht unerwarteten, aber an vielen verschiedenen Stellen auftaucht. Ja, das ist so ein Punkt, den ich in meiner Arbeit tatsächlich auch festgestellt habe. Also ich nutze hier und da schon gerne mal eben KI-Funktionen, um für mich Dinge mal schnell zusammenzufassen oder herauszuarbeiten. Aber ich habe festgestellt, je häufiger ich das mache, desto mehr vermisse ich diesen kurzen Weg. Das ist so, wenn man das ganz sporadisch macht und dann denkt man, es braucht eigentlich gar keine Betriebssystem-Integration, weil Copy & Paste in den Browser, das ist ja eigentlich keine große Sache. Aber je mehr du es benutzt, desto eher ist es halt wirklich eine Hürde, die man nehmen muss. Und da greift natürlich dann die Einfachheit, wenn Apple das jetzt künftig in das Mac-Betriebssystem auf dem iPhone und auf dem iPad integriert. Aber bevor wir den Zuhörern und Zuschauern den Mund jetzt zu wässrig machen, müssen wir natürlich auch erstmal über Einschränkungen sprechen. Das eine ist ja, die erste Einschränkung ist, wir sprechen hier über eine Testversion, eine Beta-Version. Die erste Beta von iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1, glaube ich. Ja, 15.1, Vorsicht mit den Zahlen, genau. Ja, ja, das muss man, kommt man schnell ins Schleudern dieses Jahr. Also es ist ja das Punkt-1-Release, das wird jetzt ja schon getestet, bevor überhaupt die Punkt-0 rausgekommen ist, die wir ja jetzt für September erwarten. Man rechnet ja mit, dass ja die Punkt-1 womöglich im Oktober dann rauskommt. Es ist momentan nur möglich, in US-Englisch das Ganze auszuprobieren, also in deutscher Sprache haben wir das nicht. Ja, und dann, wir sind ja nun mal hier im EU-Gebiet, ne? Also ich könnte ja nun nicht an der Nordsee noch schnell ein Ruderboot mal irgendwie besorgen und ein bisschen rausfahren aus der Zwölf-Meilen-Zone. Wäre mal spannend, wo die Grenze gesetzt ist von Apple. Auf offene, wie heißt das, offenes, seeoffene Gewässer, da gibt es auch auch so. Internationale Gewässer, genau. Internationale Gewässer, das war der Begriff, genau. Ja, das könnte man sicher mal ausprobieren, weil Apple Intelligence, in internationalen Gewässern müsste das ja legitim sein, die KI zu aktivieren. Ja, es ist ja wie von Apple angekündigt, also ich meine, Apple hat es, sagen wir, sehr grob angekündigt, weil sie hatten ja gesagt, Apple Intelligence werden wir vorerst, voraussichtlich nicht in die EU bringen, also in die 27 EU-Mitgliedsstaaten. Die EU umfasst nicht die Schweiz, ja, die Schweizer Kollegen, die sind natürlich längst mit Apple Intelligence unterwegs, ist klar. Die sind privilegiert, ja. Exakt und natürlich Großbritannien, dasselbe Spiel, also all das oder, ja, also es sind wirklich die 27 EU-Mitgliedsstaaten, die jetzt in Anführungszeichen betroffen sind und darunter natürlich auch Deutschland. Und dort ist jetzt eben in der Beta und auch dann voraussichtlich eben im Herbst, wenn diese Version für die Allgemeinheit erscheint, wird Apple Intelligence nicht verfügbar sein. Aber es betrifft halt spezifisch iPhone und iPad, weil das die beiden Betriebssysteme oder die beiden Plattformen sind, die halt unter diese Regeln des Digital Markets Acts in Europa fallen. Und macOS fällt nicht unter diese Regeln und zumindest ist das wahrscheinlich der Grund dafür, dass Apple auch keinen Anlass dafür sah, diese Funktionen in macOS zu blockieren, weil sie sind dort einfach verfügbar. Also auch jetzt schon und voraussichtlich werden sie auch im Herbst einfach für die Mac-Nutzer mit M1-Chips aufwärts natürlich dann im Betriebssystem als Teil dieses Releases verfügbar sein. Also es ist ja wirklich krass, muss ich sagen, in welcher Weise das abgesperrt ist auf dem iPhone und dem iPad im Vergleich zum Mac. Beim Mac, wie du es beschrieben hast, ich gehe einfach in die Spracheinstellungen, stelle auf US-Englisch um und womöglich die Region auch noch. Und pengen habe ich diese Möglichkeit, mich auf diese Warteliste zu setzen. Da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, über diese symbolische Warteliste, auf die man sich erstmal in der Beta setzen lassen muss. Aber dann habe ich das probiert, auf einem iPad zu installieren und da gibt es ja so Tutorials im Netz, die dann sagen, ja, da muss man irgendwie sich bei allen möglichen iCloud-Accounts dann raus, also bei den Käufen raus. Man muss die Region, die Location-Services abschalten und und und. Es war echt so eine To-Do-Liste von 20 Punkten, habe ich akribisch abgearbeitet. Und dann sollte man ein Mac nehmen und auf dem ein VPN-Dienst mit US-IP nutzen und das iPhone dann sozusagen, also das als Hotspot, diesen Mac nutzen, um das iPhone damit zu verbinden. Weil das iPhone selber nämlich dann diesen VPN-Dienst erkennen und umgehen würde. Aber es hat alles nichts gebracht. Also ich habe da, ich habe da wirklich geraume Zeit aufgewendet und am Ende nichts erreicht. Und das ist, das heißt ja eigentlich, ich meine, das ist uns ja gar nicht so bewusst geworden, wie sicher diese DMA-Funktionen von Apple sind. Weil in umgekehrter Richtung hat ja, glaube ich, noch kein Europäer versucht, da mal auszubrechen. Ganz im Gegenteil. Das ist ja, wir Europäer haben ja mehr Möglichkeiten als der Rest der Welt, weil wir diese alternativen App-Stores haben. Aber da aus, also sag mal, wie wir letzten Endes dann von einem digitalen Maschendraht umgeben sind, das ist mir bei der Gelegenheit erst mal so aufgefallen. Ja, ich glaube, es gab ein paar Leute, die den umgekehrten Weg, also vor allem Entwickler, die versucht haben, also US-Entwickler, die versucht haben, eben sich nach Europa zu beamen, in Anführungszeichen, ihre Geräte, um halt auszuprobieren, wie ihre Apps irgendwie außerhalb des App-Stores vertrieben werden und wie das alles funktioniert. Und da gibt es auch Berichte, manche sind da auch gescheitert und manche haben es irgendwie geschafft, weil sie in den Keller gegangen sind und alle Funkschnittstellen abgeschottet haben und alle möglichen Vorkehrungen getroffen haben, um halt diesem Gerät vorzugaukeln. Also es ist so, dass eben diese, ein Systemprozess praktisch verschiedene Signale, vor allem der Funkschnittstellen sich halt schnappt und natürlich auch der Ortungsdienste, der Standortdienste des Gerätes und daraus letztlich eine Wahrscheinlichkeit berechnet, in welcher Region wohl das Gerät gerade ist. Und diesen Systemdienst muss man praktisch ja austricksen und das ist halt sehr einfach, weil der, äh, nicht sehr einfach, sondern sehr schwierig, weil der gerade eben diese verschiedenen Signale verwendet und damit halt die WLANs in der Umgebung, die unter Umständen eben Mobilfunknetze und natürlich Standortdienste und all das praktisch dann irgendwie außer Gefecht zu setzen. Und dass das Betriebssystem wirklich glaubt, okay, ich bin jetzt nicht mehr in der EU, das ist zumindest auf den mobilfunktauglichen Apple-Geräten offensichtlich relativ kompliziert. Ja, wir haben in der Vergangenheit ja schon dieses fantastische Geofencing von Apple zu spüren bekommen. Ich denke jetzt nur an diese Satelliten-Notruffunktion und andere Sachen, wo ja wirklich so ein ganz scharfer Scherenschnitt auch durch Europa ging. Das ist ja immer, die Schweiz ist ja wunderbarer Testfall in dem Zusammenhang, weil sie ja wirklich in so einer Insellage in Europa ist. Und du hast ja eben auch, die Grenzregionen sind ja auch stark besiedelt. Es gibt ja auch viele Süddeutsche, die ja wirklich angrenzend an der Schweizer Grenze sind. Aber es bringt denen überhaupt nichts. Man muss wirklich in dem Land sein und ja, wie du sagst, dann werden wahrscheinlich dann eben dann die WLAN-Datenbanken angezapft und wird geguckt, hier, wo sind die WLANs denn stationiert? Ah, das ist doch noch Deutschland. Und dann bringt es dir nichts, wenn dann, sag ich mal, so eine GPS-Unschärfe vielleicht alleine da ist oder du so ein bisschen rumtrickst. Also ich finde das schon sehr faszinierend, ein Stück weit auch erschreckend. Erinnert mich auch so ein bisschen oder versetzt mich zurück in diese Anfangs-DVD-Jahre. Du erinnerst dich mit diesem Region-Code damals. Der war ja auch so, das hat ja auch für so ein Aufsehen gesorgt. Und da haben sie ja sich alle möglichen dran abgearbeitet, bis der dann endlich mal dann geknackt war. Aber der ist ja richtig laienhaft gegenüber dem, was wir hier jetzt aufgrund dieser multiplen Quellen, aus denen sich das speist, an Schutz haben. Ja, und zumal Apple ja auch in der Lage ist, das immer weiter zu verfeinern und zu verbessern und verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie merken, Leute kommen da sehr einfach drumherum. Also es unterstreicht halt etwas, was vorher auch in Ansätzen vorhanden war, aber nie so offensichtlich war, nämlich dass es halt einfach nicht mehr das eine iOS gibt, sondern iOS wirkte immer wie ein Betriebssystem, weil es halt überall in Anführungszeichen gleich war. Ja, das stimmte auch nicht ganz. Es gab schon immer so länderspezifische Eigenheiten seit vielen Jahren, wenn sie halt in einer bestimmten Region irgendwas deaktivieren mussten aus irgendeiner Vorgabe in Ägypten, irgendwie kein FaceTime oder sowas. Also da gab es immer Elemente, die in iOS in so Länderlisten eingespeist waren. Aber das war halt sehr von den meisten Nutzern unbemerkt praktisch gewesen. Und jetzt sieht man halt sehr deutlich, dass sich iOS mindestens mal, was die EU halt angeht, naja, ich will nicht sagen komplett, aber doch sehr weitreichend abspaltet oder wir einfach wir tatsächlich eine andere. Ich meine, wir haben immer noch dasselbe Betriebssystem, aber durch diese eben Systemprozesse, die halt schauen, in welcher Region ist der Nutzer und dann praktisch Funktionalität anpassen oder ausblenden, sagen wir es mal so, aus- und einblenden, dann ändert sich halt das Betriebssystem einfach für dich als Nutzer. Ziemlich radikal dann von den Sachen, die du halt als Funktionen zur Verfügung hast. Ja, ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es die EU begonnen hat, weil das ja eigentlich schon, wir haben es ja schon früher gesehen, aber es gab irgendwann so einen Change. Es gab irgendwann diesen Wechsel, dass du eigentlich von Features, die Hardware basiert waren und deshalb waren sie nicht überall verfügbar. Also nehmen wir zum Beispiel die amerikanischen Mobilfunknetze mit ihren Spezifika. In Europa konntest du das nicht ausprobieren, weil einfach diese entsprechenden Techniken teilweise nicht da waren. Es gab aber auch diese CDMA-Version vom iPhone und so weiter. Das war halt Hardware basiert oder zumindest durch äußere Faktoren gegeben, aber in zunehmendem Maße haben wir es ja mit virtuellen Grenzen zu tun. Also es ist ja eigentlich die Services, auch der Satelliten-Notruf hätte ja auch schon vorher funktioniert in der Schweiz wahrscheinlich, weil die Abdeckung da war. Trotzdem ist das Feature erst sehr viel später gekommen, weil Apple ist dann freigeschaltet. Mutmaßlich, weil natürlich die nachgelagerten Rettungsketten und Verbindungsketten erstmal aufgebaut werden mussten. Aber ich sage mal, die Satelliten selber hätte man erreicht. Und da zeigt sich letzten Endes, dass es zunehmend einfach eine virtuelle Festlegung ist von Grenzen. Dass Apple aber auch selber augenscheinlich ein Interesse hat, es wirklich hermetisch dicht abzudichten. Ich meine, hier geht es ja vor allem auch darum mit der Apple Intelligence. Apple muss ja mutmaßlich erstmal jetzt dokumentieren, dass sie diese Funktion für Europäer nicht freischalten, weil sie rechtlich Unsicherheiten sehen. Und wenn sie es jetzt einfach bereitstellen, dann könnten ja die Europäer dann auf Basis des DMA oder DSA ineinander einen Strick draus drehen. Aber ich habe ja gedacht, als es hieß, das kommt nicht hierher, ja dann wird dann, was weiß ich, da änderst du irgendeine Datei oder irgendwas und dann ist das freigeschaltet. Und Apple hat aber den guten Willen bewiesen, es dann eben nicht freizuschalten. Aber dass sie tatsächlich selber auch so knallhart da vorgehen, ein Stück weit vermute ich aber ja auch dahinter, dass das auch so eine Dokumentation von dem sein soll, was ja auch sie immer argumentieren. Dass sie sagen, es wird zum Nachteil von Europa reichen, wenn Europa sich da so, sag ich mal, einreguliert. Ja, sicher ein Element. Es ist halt auch faszinierend, dass sie verschiedene Schutzmechanismen verwenden. Also wir haben ja in dieser Ankündigung, dass eben Apple Intelligence vorerst nicht in die EU kommen soll, war ja auch mit drin, dass zum Beispiel das iPhone Mirroring, also dein iPhone auf dem Mac zu spiegeln, dass das auch vorerst nicht in die EU kommen soll. Und diese Funktion ist zum Beispiel nicht an diese Länderregionssperre, die wir gerade besprochen haben, geknüpft, sondern die ist einfach an deinen App Store Account geknüpft. Das heißt, wenn du einen US App Store Account, also eine Apple ID, Apple Account mit US Adresse dich mit dem einloggst in den App Store, dann kannst du iPhone Mirroring ganz normal auch in der EU nutzen. Also es ist eine sehr softe Sperre, wenn man so will, weil die halt sich relativ einfach umgehen lässt, während halt diese Apple Intelligence Sperre eine sehr harte Sperre ist, die sich nur sehr kompliziert, wenn überhaupt, überwinden lässt. Und das ist lustig, dass sie sogar auch innerhalb dieser Funktionalitäten halt die unterschiedlich handhaben offensichtlich, weil natürlich auch die Funktionalitäten einen unterschiedlichen Stellenwert haben. Also ich meine, iPhone Mirroring ist halt so, ja, ist ganz nett, aber Apple Intelligence ist halt jetzt schon ein Riesenprojekt, wo natürlich auch der ganze Fokus drauf liegt. Und ja, also ich meine, das ist ja das Haupt, die Hauptgeschichte, die Apple uns erzählt hat, lässt sich auf der WWDC für dieses Jahr und für nächstes Jahr auch. Ja, es bleibt für mich aber trotzdem fragwürdig, wo eigentlich genau die Anstoßpunkte sind und warum welcher Schutzmechanismus gewählt wurde. Also Apple hat ja auch erklärt zur Apple Intelligence, dass es jetzt Interoperabilitätsanforderungen des DMA sind, die sie fürchten. Und das wäre ja erst in dem Moment gegeben, wenn sie dieses Feature offiziell anbieten. Es gäbe ja keinen Grund, es jetzt schon in der Beta-Version so hermetisch abzudichten, wenn es nicht dort offiziell propagiert wird. Sie könnten ja schreiben, in der EU nicht verfügbar. Es ist auch faktisch nicht verfügbar, wenn du einfach iOS so installierst. Aber sag ich mal, sie können ja nichts dafür, wenn irgendjemand dann daran rumfummelt und dann irgendwelche Sachen verstellt. Und wenn sie den Weg auch aufzeigen würden, aber die Leute wüssten es halt, das wäre für mich ja irgendwie ein gangbarer Weg, dass Apple sich erstmal abgesichert hat, bis sie diese rechtlichen Unsicherheiten geklärt haben. Dass sie aber stattdessen diesen Weg wählen, wirklich den Europäern knallhart zu zeigen, pass mal auf, das geht nicht. Aber auf dem Mac lustigerweise geht es, das wirft ja auch schon wieder Fragen auf. Wo ist denn dann der Knackpunkt? Also ein Problem mit dem AI-Act kann es ja eigentlich nicht sein, wenn man auf dem Mac das so leicht freischalten kann. Dann muss es ja wirklich diese Geschichte sein, dass irgendein Mitbewerber sagt, hey, Systemintegration auf iPhone, iPad, weil sehr große Plattformen ist nicht okay. Aber auch da, also für mich bleiben da viele Fragen, wie viel wirklich rechtliche Notwendigkeiten sind und wie viel auch strategisches Kalkül von Apple dahinter steckt, weil sie einfach auch diese, weil diese Schlagzeilen ja generiert werden, dass die Leute es ausprobieren und man feststellt, hey, wir Europäer, wir sind ja völlig raus und wir sehen sehnsüchtig, was die YouTuber international da so abziehen und auch die Schweizer und die EU-Bürger dürfen es dann nicht. Aber nicht nur EU-Bürger wohlgemerkt. Wir sollten auch noch der Vollständigkeit halber erwähnen. Auch China ist ja gegenwärtig nach außen vor. Ja, und da wohl auch wirklich, auch was den Mac angeht, also das ist, der Mac ist sozusagen, oder da ist es ja explizit in den Release Notes von der Beta war erwähnt, dass es halt in China nicht funktioniert und in den Release Notes von iOS und iPadOS steht halt EU und China. Also da sieht man auch schon, dass Apple eben zweigleisig für MacOS offensichtlich zweigleisig fährt und dass das auch kein Zufall gewesen ist, dass jetzt MacOS funktioniert mit Apple Intelligence in der EU. In China, ja, da haben sie natürlich wahrscheinlich eine ganze eigene Geschichte von Regulatorien, Vorgaben und die sind auch außerhalb meines Wissens. Also chinesische Regulation, das mögen andere beantworten, was da dann die Knackpunkte sind. Und interessant war, dass jetzt nach der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen halt Tim Cook davor in diesem Call mit Analysten, der immer im Nachgang ist, nochmal betont hat, dass Apple sehr, sehr unter Hochdruck daran arbeiten würde, Apple Intelligence halt in Europa und natürlich auch in China, was jetzt für uns weniger relevant ist. Aber halt in die EU zu bringen und er hat natürlich da keine Ankündigung oder so gemacht, aber er hat sozusagen signalisiert, das ist eine Priorität für Apple, diese Funktionen natürlich auch hier verfügbar zu machen. Und es bleibt ja auch der alte Basispunkt, dass es halt eben sowieso seit Ankündigung im Juni auf absehbare Zeit, also bis mindestens 2025 halt nur auf US-Englisch funktioniert oder nur auf Englisch funktioniert. Was man natürlich auch wunderbar in Deutschland benutzen kann, aber ich meine, möchte halt auch dann am Schluss, möchte nicht jeder seine Seriebefehle halt auf Englisch geben und möchte auch nicht seine Region vom Betriebssystem auf US-Englisch einstellen und dann wieder alles manuell zurückstellen. Weil du hast dann, bei mir ist es dann plötzlich halt, ich habe dann halt Fahrenheit, Wetteranzeige und das kann man alles wieder zurückjustieren, aber ich meine, also metrisches System ist mir schon lieber. Also ich komme durcheinander, wenn ich da imperiale Einheiten sehe und das mag auch anderen anders gehen, aber das kann man auch alles wieder einstellen. Aber es ist für den Nutzer, ist es halt alles sehr nervend und deshalb brauchen wir natürlich den Punkt, dass es nicht nur offiziell verfügbar ist, sozusagen unter regulatorischer Geschichte, sondern dass natürlich auch Apple die Sprachunterstützung liefert, damit man es halt sinnvoll in den EU-Ländern verwenden kann. Also zur Abwechslung mal eine Meile statt ein Kilometer zu joggen, soll ja auch der gesundheitlich abträglich sein. Ja, unter dem Aspekt vielleicht ganz gut. Kann man sich auch selbst austricksen. Ja, aber das Bekenntnis von Cook fand ich auch sehr interessant, weil das tatsächlich ja jetzt auch anzeigt, dass Apple diese Nummern jetzt nicht komplett durchziehen will, sondern sie augenscheinlich wirklich dann auch geneigt sind zu schauen, dass es eine Lösung dafür gibt und dass es die alsbald gibt. Ich glaube aber, dass dieser Druck sich auch aus dem Wettbewerb ergibt. Also wir haben ja nun zwischenzeitlich Samsung mit der Vorstellung seiner neuen Geräte gesehen, die präsentieren, gehen jetzt schon quasi auf Version 2.0 ihrer KI-Bemühungen im Betriebssystem. Natürlich ist es so, das ist ein sehr großer Wechsel, den die Nutzer dann da machen müssten, aber es gibt eben das Potenzial an wechselwilligen Nutzern, die auch irgendwann sagen, wenn mir das wichtig ist, die Funktion, ja, dann wechsle ich halt die Plattform. Und ich glaube, Apple kann da nicht so eine Insellösung fahren, weil es ist ja faktisch nicht so, dass man KI in Europa gar nicht anbieten kann. Viele andere machen es ja sehr erfolgreich vor, dass es geht. Und ja, dementsprechend muss auch Apple da, glaube ich, dann dokumentieren und beweisen, dass sie, dass sie das eben wirklich da versuchen auch herzubringen. Ich glaube auch, also damit können wir eigentlich fast auch schon in die Funktion rübergehen. Also Apple hat ja beim Funktionsumfang ja eigentlich auch einen sehr konservativen Ansatz gewählt, was es ihnen ja vielleicht auch erleichtert, dann eben den Normen und Regeln zu entsprechen. Also andere sind ja wesentlich wagemutiger, was sie jetzt machen und betreten da eben möglicherweise auch dann da Gebiete, wo das dann regulatorisch unklar ist mindestens, wie das zu bewerten ist. Apple kann ja schon sozusagen von den Erfahrungen anderer auch so ein bisschen dann zehren, die die da schon gemacht haben. Hoffentlich. Also ich meine, die kleineren sind da natürlich im Vorteil. Und wenn du halt natürlich von der EU nicht als Gatekeeper eingestuft bist und nicht diesen spezifischen Wettbewerbsregeln auch unterliegst, dann hast du natürlich immer noch den AI Act und hast natürlich auch andere Regulatorien, die hier auf die Firmen entsprechend natürlich zukommen. Aber du hast zumindest ein Problem weniger am Schluss, um solche Funktionen vielleicht erst mal anzubieten. Und wenn du halt eben sowieso natürlich eine kleinere Firma bist oder zumindest kleiner als Apple, dann wird da natürlich auch vielleicht jemand erst beim dritten Mal dann hinschauen. Und deshalb scheint es zum Beispiel auch spezifisch für Samsung kein großes Problem zu sein, eben diese Funktionen jetzt auch einfach in der EU anzubieten. Weil da ist niemand im Moment, der sagt, hey, ja, also ich weiß nicht, ob Google da noch in irgendeiner Form drauf reagieren muss. Also was jetzt Android angeht. Aber da sieht's, also ich meine, dafür ist Android vielleicht auch schon zu aufgespalten und zu kleinteilig, um da zu sagen, okay, jetzt bitte Interoperabilität und so weiter. Oder Google kann da wahrscheinlich immer sagen, hey, Android ist sehr interoperabel, weil du kannst halt alles Mögliche machen oder kannst dir halt irgendwie das Basis des Betriebssystems selbst nehmen und dir da Zeug zusammenbasteln. Aber ja, also das wird ein spannender Herbst, was diese KI-Funktion spezifisch natürlich in der EU angeht und wie schnell da die verschiedenen großen und sehr großen Anbieter halt herkommen. Aber Apple ist da definitiv in der Sonderposition und zwar in diesem Fall in einer sehr ungünstigen Sonderposition. Ja, das ist ein guter Punkt. Und auch wenn Apple das jetzt nicht gefallen wird, aber am ehesten ist ihre Situation ja gegenwärtig mit der von Meta vergleichbar, die ja auch mit ihren KI-Bemühungen da Schwierigkeiten haben und ja sich dann auch, ich weiß gar nicht, wie es der aktuelle Stand, die haben sich da, glaube ich, mit dieser Lama-Geschichte aus Europa erstmal zurückgezogen. Ja, also ich meine, es wäre keine von den Meta-AI-Geschichten, sei jetzt offiziell verfügbar in der EU, ist zumindest mein Stand. Also ich meine, die haben sie ja doch jetzt, glaube ich, in den USA und so weiter, da fangen sie ja die an, in ihrem Milliardenpublikum in all den großen Apps natürlich einfach anzubieten, was natürlich für Meta auch fantastisch ist, weil die halt ein riesiges Publikum haben, wo sie das Zeug reinpacken können, aber eben nicht in der EU. Also ich, da war nichts von, also zumindest als ich den Test dieser KI-Apps gemacht habe, wo da war dann, Google hat es gerade so geschafft, Gemini irgendwie Richtung Europa zu bringen, so in Teilen und das halt in die Google-App hier auf dem iPhone in die Google-App zu integrieren und Microsoft hatte sein Zeug auch in Europa, aber Meta-AI war zumindest da zu dem Testzeitpunkt komplett raus und ich glaube, es ist immer noch der Fall. Bevor es in Vergessenheit gerät, ich habe ja vorhin gesagt, das Thema Warteliste wollte man noch kurz eben einschieben. Wenn man ja Apple Intelligence erfolgreich auch in Europa irgendwie jetzt in Betrieb genommen hat, dann kommt ja tatsächlich erstmal ein Button, also es ist nicht einfach da, dass man jetzt einschalten kann, sondern Join the Waitlist. Wie ist das bei dir gelaufen? Wie lange hat das gedauert, bis du da das Go hattest? Ich glaube, es ging sehr schnell bei mir und inzwischen hört man, also wirklich sehr schnell heißt so innerhalb von Minuten, würde ich sagen. Inzwischen hört man manchmal, dass es schon auch mal ein paar Stunden dauern kann, aber ich habe das Gefühl, auch die Warteliste ist Teil des Beta-Tests, also sie Beta-Testen die Warteliste-Funktion im Moment und die wird wahrscheinlich auch dann eher relevant, wenn halt im Herbst plötzlich ein größerer Kreis an Testern auf dieses System halt dann geschmissen wird. Weil wir müssen auch sagen, ich meine jetzt, wir haben natürlich jetzt erst die erste Beta getestet, aber Apple Intelligence wird auf absehbare Zeit auch Beta bleiben. Also wenn das im Herbst erscheint für die Allgemeinheit, wird da auch irgendwo ein Beta-Label stehen, wahrscheinlich prominent in den Einstellungen oder irgendwo, wenn sie es sicher hinschreiben. Also ich gehe davon aus, dass das mindestens mal für dieses Jahr noch als Beta geführt wird, vielleicht bis rein nach 2025. Und diese Warteliste ist halt jetzt ein Element, mit der Apple halt sehr einfach die Bremse ziehen kann, wenn sie merken, okay, jetzt, ich meine, bei 100, also bei Nutzerschaften halt im 100-Millionen-Bereich aufwärts, dann, wenn du die halt alle auf deine Server zu, auf einmal praktisch nach Veröffentlichung dieses Releases auf deine Server loslässt, dann wird da vielleicht auch Apples Private Cloud Compute, wer weiß, wie wackelig die ist, ja. Also ich meine, das haben sie ja auch alles neu hochgezogen und da werden sie im Moment ja Tests fahren, wie gut die klarkommt mit den Anforderungen der Beta-Tester. Und dann wird man natürlich sehen, wie das im Herbst ist. Das ist natürlich bei Apples Maßstäben und vor allem den iPhone-Maßstäben und Größenmaßstäben und Nutzerschaftsmaßstäben gibt, ist das immer natürlich eine wilde Kiste. Ich glaube, dass sie es auch gerade für den ersten Ansturm jetzt auch vorbereitet haben. Also weil sie ja auch jetzt nicht wissen konnten, jetzt bei den ersten Betas, wie stark werden die Leute darauf anspringen, wie viele werden das weltweit installieren und dann eben das dann exzessiv nutzen, gerade am Anfang. Und damit dann eben die Ressourcen, die sie dort zur Verfügung haben, nicht gleich überlastet sind. Und dann ja auch eben dieser negative Effekt, also es ist für die Leute ja verkraftbarer, auf einer Warteliste zu stehen und ich bin noch nicht an der Reihe, als dass sie eben alle auf ein System gelassen werden, was unter der Last zusammenbricht und ständig Fehlermeldungen ausspuckt. Und schon hat man sich die Meinung gebildet über Apple Intelligence. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein steuerndes Instrument eben mit Blick auf diese Sorge war und eigentlich ein ziemlich kluges. Ich frage mich nur, wer am anderen Ende der Leitung sitzt. Also wer macht die Häkchen dran und lässt uns da rein? Ist das Tim Cook selber oder wer lässt rein bei Apple? Also es wird auf oberster Ebene entschieden. Ja, wer weiß, nach welchen Kriterien das passiert. Es ist ja leider, das ist ein wichtiger Punkt oder ein interessanter Punkt bei Apple Intelligence und bei dem von Apple gewählten System, dass dieses System leider sehr undurchsichtig ist, wann Anfragen lokal. Also es gibt ja letztlich, letztlich hat Apple mehrere Sprachmodelle natürlich oder hat mehrere grundlegende Sprachmodelle entwickelt. Und ein größeres Modell oder ein kleines größeres Modell ist halt lokal auf den Geräten und dann das große, größere Sprachmodell, das landet halt auf den Server seitig in dieser Private Cloud Compute. Und deshalb dieses zweigleisige System ist für den Nutzer völlig unsichtbar. Das heißt, wenn ich Apple Intelligence auf meinem Mac jetzt benutze, weiß ich nicht, ob die von mir gestätigte Anfrage oder Aufgabe, ob die lokal auf dem Mac abgearbeitet wird oder ob die in Apples Servern abgearbeitet wird, ist für mich nicht klar ersichtlich als Nutzer. Und da wird es wahrscheinlich auch unterschiedlich sein, weil zum Beispiel die Modelle, die auf iPhone und iPad landen, sind einfach kleiner als das Modell, was auf dem Mac landet. Also man kann jetzt einfach mal ins Blaue raten, dass halt auf dem Mac mehr lokal passiert als auf dem iPhone, ist aber einfach nur geraten. Also unklar. Und da werden wir sehen, aber das spielt da natürlich mit rein. Hattest du denn schon Gelegenheit mal zu probieren, die Apple Intelligence rein lokal auszuprobieren? Also dass du dann jegliche Netzwerkaktivitäten unterbunden hast, um mal zu schauen? Weil angeblich soll es ja so sein, dass ja eben dann die Apple Intelligence grundsätzlich funktionsfähig bleibt, also lokale Funktionen sollen weiterhin dann eben stattfinden, aber man soll es dann merken, dass da nicht alles geht, heißt das ja offiziell von Apple. Ja, also bei mir hat jetzt, zumindest mit der ersten Beta, hat in dem Moment, in dem ich praktisch alle Netzverbindungen abgeschaltet habe, da hat man noch so, also du merkst, dass so ein paar Elemente der Bedienoberfläche, so ein Wabern, wenn man eine Ausgabe, eine Aktion in Gang setzt, die erscheinen natürlich noch, aber es kam zu keinem Ergebnis mehr. Also es kam dann, ich weiß nicht mehr, es gab verschiedene Fehlermeldungen, die dann ausgespuckt würden, teilweise irgendwie nicht verfügbar oder also Apple Intelligence ist nicht verfügbar oder jetzt im Moment irgendwas ist schief gelaufen, also so generische Fehlermeldungen auch. Aber zumindest bei mir, ich konnte auf dem Mac tatsächlich, in dem Moment, in dem der Mac keinerlei Online-Verbindung mehr hatte, konnte ich auch keinerlei Apple Intelligence-Funktionen mehr ausführen. Das ist spannend. Ja, also das heißt, es kann natürlich immer noch sein, dass manche von den Modellen irgendwie E-Mail-Zusammenfassungen oder so, dass die vielleicht immer noch funktionieren. Ich meine, du bekommst halt keine neuen E-Mails mehr, wenn du offline bist. Und vorher sind natürlich die E-Mails, die schon angekommen sind, die wurden schon intelligenziert. Oder was ist das Tätigkeitswort von Apple? Keine Ahnung. Müssen wir uns noch ausdenken. Also das, deshalb, ich bin gespannt. Also das kann natürlich auch eine Beta-Geschichte sein. Es kann durchaus sein, dass wir sehen, dass da jetzt mit den nächsten Betas oder irgendwann man durchaus Sachen auch komplett offline natürlich machen kann. Ich würde das eigentlich auch erwarten, muss ich sagen, weil ich wüsste nicht, warum für jede Anfrage alles an, oder warum Apple überhaupt, es kann ja auch sein, dass sie einfach sagen, so hier ping, ping Richtung Private Cloud Compute, so, ja, Server ist verfügbar und dann so Aufgabe muss, aber kann lokal abgehen. Kann ja nur so ein dämliches Abgleichfunktion sein, die da hin und her läuft. Ja, der Einwand von Apple kann ja sein, dass sie sagen, wenn diese Cloud-Funktion nicht zur Verfügung steht, kriegen sie nicht unbedingt das perfekte Ergebnis hin. Und deshalb unterbinden sie es lieber, anstatt, dass man dann nur halbe Ergebnis, also halbe Ergebnis ja nicht, aber dass eben nicht alle Funktionen vollständig dann da sind. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fände es schon schmerzlich, wenn es nicht geht. Weil das empfand ich eigentlich als großen Pluspunkt, gar nicht mal jetzt diese reine Offline-Situation, aber man kommt ja immer wieder mal in so Lagen, ich sage nur Zugfahren in Deutschland, wo dann da die Konnektivität vielleicht für den Moment auch nicht so gut ist oder sehr langsam. Und dann wäre es ja eigentlich toll, wenn ich zum Beispiel jetzt meinetwegen Texte bearbeite, Mails schreibe, die ich dann später raussende, dass ich aber zum Beispiel diese Writing-Tools dann trotzdem benutzen kann. Wenn das jetzt immer abhängig davon ist, dass ich eine exzellente Online-Verbindung habe, muss ich sagen, dann hebt sich natürlich schon ein gewichtiger Vorteil der Apple Intelligence für mich dann auf. Ja, und da sind wir jetzt wieder bei den Funktionen gelandet, die halt jetzt schon vorhanden sind und jetzt halt noch nicht vorhanden sind, nämlich die ganze Seite der Bildgenerierung, die jetzt nicht integriert ist in der ersten Beta. Was die aber angeht, hat Apple sehr klar versprochen im Juni, dass diese Bildgenerierung lokal auf den Geräten abläuft. Also das ist zumindest in den Sessions für Entwickler, für öffentlichen Sessions zu dem Thema, war mehrfach die Rede davon, okay, die Bildgenerierung, die arbeitet lokal auf den Geräten. Das heißt, bei der würde ich, es ist eigentlich komisch, weil man würde vielleicht erwarten, Bildgenerierung muss eigentlich auf dem Server laufen, ist irgendwie komplexer und diese Texte, lächerlichen Texte, ein bisschen Buchstaben umdrehen und umformulieren, das kann eigentlich lokal laufen. Aber es scheint so ein bisschen umgekehrt zu sein. Also das ist gerade die Textarbeit, dass sie da lieber Richtung Server nochmal nachfragen und die Komplexitäten von Sprache irgendwie versuchen, mit dem größeren Sprachmodell zu beantworten. Während halt diese sehr offensichtliche, sehr begrenzte Bildgenerierung, die wir jetzt noch nicht ausprobieren konnten, die halt dann tatsächlich lokal einfach auf deinem iPhone, iPad, Mac laufen wird, voraussichtlich. Aber sprechen wir mal konkret über Funktionen. Die KI-Schreibwerkzeuge haben wir ja schon ein wenig angedeutet. Worüber ich gestaunt habe jetzt auf dem Mac ist, wie dezent die sich da verstecken. Also es ist ja wirklich so, dass du sie im Kontextmenü, da wo du auch weitere Funktionen zur Textbearbeitung hast, findest du dann eben diese Writing Tools, jetzt in der US-englischen Version Schreibwerkzeuge, nehme ich mal an, wenn sie nachher im Deutschen heißen. Und dann hast du sehr unspektakulär da ein paar neue Menüeinträge. Also dafür, dass das eigentlich so eine Headliner-Funktion ist, war ich doch einigermaßen überrascht darüber, wo man da suchen musste. Und dass sich das nicht mehr so gleich in den Vordergrund drückt. Es ist auf dem Mac halt sehr inkonsistent im Moment, je nachdem, mit welcher Software man arbeitet und wo man praktisch im Betriebssystem ist und ob man mit Apple-Apps arbeitet oder mit Apps von einem anderen großen Drittentwickler, sei es jetzt Word oder halt, um mal irgendwas in den Raum zu werfen. Und das heißt, es in manchen Programmen, je nachdem, wie die halt diese Texteingabe und auch Textdarstellung umgesetzt haben, je nachdem, wie da die Grundlage ist, erscheinen halt diese Writing-Tools auch an unterschiedlichen Stellen, kann man sagen. Also sie sind normalerweise immer über das Kontextmenü verfügbar oder fast immer über das Kontextmenü verfügbar. Teilweise sind sie auch über das Bearbeiten-Menü verfügbar. Und ich glaube, der Idealfall, den Apple sich eigentlich vorstellt, ist, und das funktioniert auch schon in manchen Apps, aber bei mir war das noch sehr unzuverlässig, dass einfach, wenn du Text auswählst, praktisch so ein kleines, ja, so ein kleines Apple-Intelligence-Icon aufpoppt neben deiner Textauswahl. Und dann kannst du einfach da drauf klicken und bekommst dann deine Schreibwerkzeuge, sodass der Nutzer sieht, okay, jetzt kann ich irgendwas mit diesem Text machen. Das ist sehr nett gemacht, aber ich weiß nicht, ob das dann überall automatisch erscheinen wird, wenn es mal soweit ist, oder ob man dann doch immer wieder ins, also es gibt auch keinen Tastenkürzel im Moment, sondern musst halt wirklich immer dann ins Kontext, im Zweifelsfall musst du ins Kontextmenü und dich zu den Writing-Tools runterhangeln und dir dann überlegen, dann kannst du ja entweder gleich die Aktion aussuchen oder kannst dir halt so ein Pop-up anzeigen lassen, wo alle derzeitigen Schreibtools versammelt sind und dann siehst du halt, hier kannst du zusammenfassen und kannst halt irgendwie umformulieren lassen und so weiter, was halt Apple so an Zeug, die Einzelfunktionen haben wir ja, die haben wir ja eigentlich schon sehr ausführlich auch in der vorausgehenden Folge besprochen, als sie angekündigt wurden und vielleicht mal zu dem, zur tatsächlichen Funktionalität zu kommen, also das hat zumindest jetzt bei mir, wie gesagt, alles funktioniert nur auf US-Englisch, natürlich heißt das auch, der Text muss eigentlich eben auch US-Englisch sein, manchmal lässt sich so ein bisschen austricksen, wenn irgendwie der erste Satz Englisch ist und dann nach Deutsch kommt, dann übersetzt er halt alles irgendwie auf Englisch, also diese Fähigkeiten sind natürlich schon angelegt, da sind ja Sprachmodelle sowieso relativ flexibel, wenn die weitreichend trainiert sind, was Sprachen angeht, das kennen wir ja von anderen Modellen auch schon, aber im Moment ist es so, dass es sich mitunter Apple Intelligence halt weigert, wenn du jetzt einen puren deutschen Text da rein kippst und sagst, fass mir den zusammen, dann sagst du, Sprache wird nicht unterstützt und am Schluss kommt sowieso im Moment so oder so nur Englisch wieder raus, also auch wenn du schaffst, den deutschen Text da reinzupumpen, kriegst du eine englische Zusammenfassung zurück, also okay, klar, so ist es halt jetzt mit der Sprachunterstützung und da ist es also, ich war zumindest zufrieden mit dem, was mir das Sprachmodell geliefert hat, also ich hatte nirgendwo was, wo ich jetzt wirklich große, was beanstanden würde, sondern es sind halt, ist etwas, was du einfach, sei es von ChatGPT oder von irgendeinem anderen großen KI-Tool, was man halt gewohnt ist, was irgendwie so bei Textzusammenfassungen halt passiert, manchmal lässt die KI, lässt natürlich, also wie wir Menschen auch bei Zusammenfassungen, lässt manchmal irgendwie einen Aspekt raus, wo man sagt, der ist eigentlich ziemlich wichtig, aber es ist schon, also es ist nicht, man hat das Gefühl, dass es nicht einfach nur eine Kürzung des Textes ist, sondern dass schon Elemente sich geschnappt werden, wo man sagt, okay, das ist wahrscheinlich eine relativ sinnvolle Zusammenfassung, fällt natürlich, wie auch bei anderen Sprachmodellen, können die Ergebnisse natürlich von einem zum anderen mal auch variieren, also du kriegst vielleicht mal ein besseres, mal ein schlechteres, du kriegst nicht unbedingt immer dasselbe Ergebnis raus, das, so ist es halt mit den Sprachmodellen, im Moment zumindest und trotzdem unterm Strich ist es halt nett, ich meine, das ist was, was man glaube ich brauchen kann, auch diese Umformulierungen, zu sagen, okay, schreib mir halt diesen Text nochmal neu oder dann halt so typische Geschichten für E-Mail-Beantworten, schreib das förmlicher oder schreib, fass den Text, knapper. Ja, also ob das, ob das nachher in der Realität tatsächlich von so vielen genutzt wird, würde ich noch mit einem Fragezeichen versehen. Also ich glaube, ich glaube eher, dass diese Gegenlesefunktion von sehr großem Nutzwert sein wird, auch so wie sie aufgezogen ist und ich glaube, wenn man mit der Denke sich da die KI nicht als perfekten Computer vorstellt, sondern eher vielleicht eben auch als menschlichen Gegenleser, der auch Fehlbarkeiten hat, der vielleicht mal was übersieht, der vielleicht manchmal auch eine Rechtschreibregel falsch im Kopf hat und dann falsch korrigiert, ich glaube, dann kann man recht gut damit leben. Also bei der Bewertung sehe ich das eher so, dass ich sage, besser als guckt überhaupt jemand drüber und findet irgendwie von zehn Fehlern acht, als wenn gar keiner drüber guckt und eben diese zehn Fehler alle erhalten bleiben im schlimmsten Falle. Also das ist wirklich so ein, ich gebe dir recht, das hat einen Nutzwert, das ist wirklich gut. Das mit dem Umformulieren kann, glaube ich, auch im Einzelfall helfen, gerade wenn ich jetzt vielleicht mit dem förmlichen Stil nicht so vertraut bin, dass ich dann auch sage, okay, ich schreibe es mal eher natürlich und mal gucken, wie kann man das jetzt, so ein Anschreiben an ein Unternehmen, ich möchte mich bewerben oder irgendetwas und so weiter und dann weiß man vielleicht nicht, treffe ich jetzt den richtigen Ton, kann man es mal machen, aber ich befürchte, das wird so eine Funktion sein, die bewundert man, wenn sie da ist und wenn man sie wirklich braucht, denkt man vielleicht gar nicht unbedingt daran, dass sie da ist. Wahrscheinlich, ja. Also das wird sowieso natürlich eine Lernkurve sein, wann Leute das einsetzen und wir haben ja auch schon darüber diskutiert, was bedeutet das überhaupt auch für E-Mail, Textkommunikation, wenn halt wir davon ausgehen, dass jeder nur noch mit irgendwie sich von der KI irgendwie zu Standardfloskeln da reinschreiben lässt. Also da kommen wir vielleicht auch an einen komischen Punkt. Werden wir sehen, weil wir da alle Teil dieses Experiments sind und jetzt ist es halt, was ich sehr interessant und auch lustig fand, ist, wie Apple zum Beispiel damit oder Apple nicht Apple, sondern Apple Intelligence damit umgeht, eben zum Beispiel halt, wenn du, da haben sich Leute jetzt, Beta-Tester natürlich auch schon einen großen Spaß draus gemacht, halt möglichst wütende E-Mails zu verfassen und die dann freundlich formulieren zu lassen und das ist natürlich sehr lustig und zum Beispiel, wenn du da wüste Beschimpfungen in deine Antwort E-Mail reinschreibst und dann formulier das freundlicher, dann kommt da irgendwie ungefähr raus so, ja, ich bin gerade sehr frustriert und muss mal irgendwie erst mal mich abkühlen oder so. Also da wirst du aus diesen, also wirklich so Schimpfworten, die du halt in die E-Mail gepackt hast, werden halt so eine sehr nüchterne Formulierung, so, hey, ich bin jetzt unglücklich, ja, und okay. Fand ich lustig, kann man sicher machen und vielleicht vergegenwärtigt sich da der Schreiber, dass man halt, dass es vielleicht auch nicht die beste Weg der Kommunikation ist, da andere halt einfach wüst zu beschimpfen. Andererseits wird es wahrscheinlich das Ziel gewesen sein, des Schreibers halt den anderen wüst zu beschimpfen und insofern kann man auch wieder die Frage stellen, ob das jetzt so sinnvoll ist, das umzuformulieren. Aber ich, es ist natürlich, ist immer interessant zu sehen, wie diese Sprachmodelle halt auf, auf natürlich anstößige Inhalte halt reagieren, seien es halt Schimpfwörter oder irgendwie Aufrufe zu Gewalt oder pornografische Inhalte, Hassrede und all dieser ganze, all diese ganze sozusagen, ja, wo man, wo man sagt, da wäre es eigentlich gut, wenn irgendjemand mal drüber schauen würde. Auf der anderen Seite ist es halt, wann greift halt die KI in unsere Formulierungen, in unsere Texte so weit ein, dass es halt nicht mehr okay ist. Also es ist lustig, weil Apple Intelligence hat ganz offensichtlich eine ganze Reihe an Schlüsselwörtern, Begrifflichkeiten und Themenfeldern, wo die KI merkt, uh, das ist so ein bisschen, hm, anstößig vielleicht und ja, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein und dann blendet es im Moment diesen schönen, diese schöne Warnung ein, die Qualität des Ergebnisses könnte variieren. Das ist irgendwie so der Hinweis. Aber die, also man kann dann die Aktion trotzdem ausführen. Also du kannst dir deinen pornografischen Text auch zusammenfassen lassen, aber es gibt immer so eine kleine Hinweismeldung, so hey, das ist jetzt nicht so mein Themengebiet ungefähr, so was die, was die KI dann dazu sagt. Ja gut, ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Am Ende ist es ja ein schmaler Grat. Das ist ja die, die Frage so, habe ich einen Anspruch darauf, dass jemand, und sei es die KI, für mich übernimmt, eine, eine Nachricht voller Schimpfwörter irgendwie umzuformulieren. Ich finde nicht, also diesen Anspruch brauche ich nicht haben. Es gibt halt bestimmte Texte, die muss ich halt dann auf die eigene Kappe nehmen. Das ist dann halt einfach so. Aber auf der anderen Seite, diese, diese beratende Funktion, die vielleicht davon ausgeht und, sag mal, weitergesponnen wäre ja, wäre ja fast noch ein Feature wünschenswert. Wie kommt das an? Weil ich glaube, das ist ja gerade in der Schriftkommunikation auch für viele Menschen immer eine Herausforderung. Die Frage so, könnte das irgendwie jetzt als offensiv empfunden werden, weil sie einfach sich nicht vergegenwärtigen, dass es in der Schrift anders rüberkommt als jetzt dann eben im gesprochenen Wort. Ist natürlich aber auch für einen Computer und eine KI sehr schwer zu beurteilen. Also da müsste man ja quasi Training machen mit Stilen, wo man schaut, wie empfinden Menschen das, wenn sie das sehen und dass man dann so eine Art Ampel daraus macht, dass dann eben so eine Art Beratungsfunktion ist. Aber ich sag mal, da kann KI ja eigentlich brillieren, wenn es eben Berater ist. Und das sehe ich eben auch bei dieser Proofread-Funktion als das Großartige an, dass man kann ja diese Sachen auch einzeln rausnehmen. Also man muss ja nicht jede Änderung da annehmen, sondern man kann ja auch sagen, ich akzeptiere die Änderung und akzeptiere sie nicht. Aber sie berät dann halt so im Alltag und bringt im besten Falle einen Zeitgewinn und eben vor allem auch ein Gewinn eben an Ansehen in Anführungszeichen, dass man eben jetzt nicht das Gesicht verliert, weil man eine Nachricht mit tausend Fehlern da verschickt und alle sich über einen lustig machen. Also das sind ja eben dann, da macht sich der Nutzwert fest. Aber ja, dieses Pornografie-Beispiel in einer krassen Form jetzt, aber ich sag mal, in der abgemitterten Form. Irgendjemand schreibt jetzt irgendwie erotische Geschichten und erhofft sich trotzdem eine gewisse Schützenhilfe bei der Rechtschreibüberprüfung oder Formulierung. Da kollidiert das schon so ein bisschen mit den Werten, die Apple wieder hat. Also wir sprechen ja sicherlich auch noch über diese Memories-Funktion in der Fotos-App, wo ja auch, es gab ja dieses große Prompt-Leak, wo jetzt ja diese Prompt-Vorlagen, die Apple verwendet, dann eben so zum Vorschein gekommen sind, wo ja zum Beispiel auch gesagt wird, keine religiösen Sachen und so weiter. Wenn das wirklich so stimmt, dass das die tatsächlichen Prompt-Vorlagen sind und nicht nur irgendwie so eine Arbeitsversion, die einmal mal verwendet wurde, warft das bei mir aber Fragen auf. So auch gerade im Land der USA, warum ist etwas Religiöses jetzt eigentlich schwierig in dem Kontext? Dass Apple sagt bitte keine traurigen Sachen oder dass ein Foto von einer überfahrenen Katze jetzt nicht dann da auftaucht als schöne Erinnerung, das ist ja vollkommen legitim und nachvollziehbar. Aber da, also ich sag mal, das sind die Fallklippen letzten Endes. Ja, es ist halt sehr schwierig, weil wenn du, diese Memory-Funktion ist natürlich faszinierend, weil wenn du da halt, ja, sagen wir mal, unglückliche Memories für den Nutzer heraufbeschwörst, ist es halt natürlich immer, ist das so eine schwierige Gratwanderung natürlich irgendwie gerade von der KI heraus und dann im Kontext von Fotos herausfinden zu lassen, was zeigt jetzt dieses Foto eigentlich und ist das am Schluss irgendwas Positives oder will der Nutzer, also ich meine zum Beispiel, ja, ich meine diese religiösen Geschichten, aber zum Beispiel wenn du irgendwie eine Friedhofsmotive oder so hast, da wirst du wahrscheinlich auch immer, jetzt zumindest hier im Westen halt irgendwie hast du halt irgendwelche Kreuze drauf oder halt solche Sachen und vielleicht wollten sie auch sowas irgendwie wegbekommen, dass du nicht irgendwie eine Memory an Friedhofs besuchen oder sowas dann in deiner Aber Taufe, Konfirmation, die Eheschließung in der Kirche, ich meine, all das sind ja Sachen, die durchaus einen religiösen Kontext haben und folglich dann nicht als schöne Erinnerung empor kommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da einfach der, wie gesagt, wir reden hier über Fundstücke, von denen wir nicht 100 Prozent wissen, ob sie in der Endversion ja so da sind, ob sie jetzt schon so Verwendung finden, aber es deutet ja darauf hin, dass das irgendwie diese Templates sind, die eben dann an die interne KI von Apple dann da weitergegeben werden, wenn diese Sachen erzeugt werden und das zeigt die großen Herausforderungen halt auf, da sage ich mal wirklich treffsicher das Gute zu erzielen, dass man die Leute nicht mit, oh, wie schön, eine schöne Erinnerung, Opas Beerdigung und konfrontiert und auf der anderen Seite ihn aber auch nicht die schönen Erlebnisse dann wegfiltert, die eben ja doch für ihr Leben dann einem auch positiv besetzt sind. Also ganz schwierig. Wir sehen diese Spannung oder diesen Spalt ja jetzt schon beim, selbst vor Apple Intelligence, weil ja gerade die Fotos App, die ja auf unglaublich viel maschinelles Lernen setzt, hat ja diese Problematik sowieso schon eingebaut und das Problem, die Fotos App kann ja nicht erkennen, wenn sie mir die irgendwie wunderbare Zusammenstellung von meinen besten Hundefotos zeigt, dass der Hund vielleicht gerade gestorben ist. Das heißt, ich bekomme etwas, was emotional für mich unglaublich aufgeladen ist und was für die Fotos App aber völlig nüchtern schöne Hundebilder sind. Das passt natürlich nicht zusammen und da sehen wir ja auch schon, dass Apple irgendwie jetzt auch noch gar nicht so lange halt angefangen hat, dass man zum Beispiel bestimmte Personen oder eben inzwischen auch die Haustiere sagen kann, zeig mir die halt weniger an, weil es halt zu schmerzhaft vielleicht ist nach einer Trennung oder nach eben Tod und was auch immer halt jeweils passiert ist. Aber dass du halt letztlich eben diese KI in dem Fall ja auch anweisen kannst, bestimmte Sachen halt aus deinen Erinnerungen, also aus den Fotoerinnerungen, nicht aus deinen persönlichen Erinnerungen auszuklammern, um dich halt nicht unbedingt damit zu konfrontieren in so einer fröhlichen Weise. So, hey, hier, schau, wie schön das mit dem Hund halt auf der Reise war oder so. Und das sind natürlich, und für andere Leute mag es auch wieder hilfreich sein, irgendwie Trauerbewältigung, ist das eigenes Thema, aber da wieder irgendwie schöne, positive Erinnerungen natürlich von Personen oder Tieren zu bekommen, die halt nicht mehr da sind. Also das ist natürlich sehr schwierig. Und Apple Intelligence macht das natürlich verhundertfach, dieses Problem, wenn du halt anfängst, dir dann eben diese Fotoerinnerungen halt dann per Sprachbefehl praktisch zusammenstellen zu lassen. Und dafür, also ich könnte zumindest schon verstehen, wenn sie versuchen, da mit ihrem Prompt da irgendwie möglichst wenig kontroverse Inhalte. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, was ist kontrovers? Da muss ja auch irgendjemand drüber entscheiden. Das hatten wir jetzt schon das Beispiel an religiösen Symbolen. Wo ist es, wann ist es kontrovers? Das sind super schwierige Fragen, auf die es keine klaren Antworten auch gibt. Ja, das ist eben die Frage. Wer definiert, was sind schöne Erinnerungen? Und dann das, auch sage ich mal irgendwie so, das Mittelalter-Festival, wo dann eben dann die Schwerter dann da eben gekreuzt werden, könnte ja eben für einige Zeitgenossen eine sehr schöne Erinnerung sein und könnte aber jetzt im Kontext von kriegerischer Handlung eben dann auch rausgefiltert werden. Also das ist wirklich sehr schwierig. Das betrifft aber jetzt ja in erster Linie die Memories-Funktion. Aber es wirkt ja so ein bisschen eben auch in die Texte rein, wenn dann eben diese Warnhinweise kommen von wegen, ja, das ist jetzt aber nicht so mein Thema. Und da möchte ich eigentlich nicht so gerne assistieren. Ich vermute, dass sie da natürlich jetzt schon noch feilen werden, auch an der Art der Formulierung dieses Warnhinweises. Der wirkt noch sehr beta-haftig im Moment. Also ich bin neugierig, wie das dann im Herbst und darüber hinaus halt, wie Apple Intelligence mit sozusagen heikleren Texten umgeht und was für eine Strategie sie fahren. Ich bin, war aber relativ, auf der anderen Seite fand ich gut, dass du am Schluss diese Funktion auf jeden Fall ausführen kannst. Also du kannst sozusagen die Warnung der KI, dass es vielleicht irgendwas Komisches ist, kannst du einfach ignorieren letztlich und sagen, jetzt fassen wir das halt trotzdem zusammen, weil ich will das halt als Nutzer. Das ist eine Funktion meines Computers. Bitte führe diese Funktion aus. Und das war dann unterm Strich auch der Fall. Außer, dass irgendwie kein Auto-Kurzschließanleitung wollte Apple Intelligence nicht geben. Das sind ja immer die Klassiker. Ich meine, die Leute wollen sich dann immer irgendwelche Bombenbauanleitungen und der ganze Kram, den du halt KI-Sprachmodelle halt irgendwie in Sprachmodelle reinwirfst, um zu schauen, was halt für Sicherheitsvorkehrungen in diesen Modellen drin sind. Und das ist natürlich dann natürlich nochmal eine andere Ebene, weil da wird Apple natürlich sehr erpicht drauf sein, dass du nicht schaffst, idealerweise zumindest, wer weiß, ob es irgendjemand doch schafft, aber dass du natürlich nicht schaffst, aus dieser KI irgendwelches Zeug rauszuholen, was halt eben in diese Richtung geht, dass dann plötzlich doch die KI anfängt, die halt letztlich zu zeigen, ja okay, hier mach das so und so und so und dann hast du das Auto kurz geschlossen. Also da wird es schwierig. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Grund darin, dass wir die Bildgenerierenden-Funktion jetzt noch nicht sehen, auch darin liegt, dass eben das Potenzial, damit Blödsinn zu machen, viel größer ist und dass in der Entwicklung natürlich aufwendiger ist, da Vorsorge zu treffen, dass das eben wirklich nur zum beabsichtigten Zweck dann verwendet wird. Weil es ja schon auffallend ist, dass sämtliche Bildgenerierenden-Funktionen momentan noch fehlen und das ist ja, das ist ja in weitaus höheren Maße generativ als jetzt dann eben nur die Textgeschichte. Die Textfunktionen sind ja zumeist eben auch darauf erpicht, eben bestehende Texte eben dann zu verbessern und nicht neue zu schaffen, aber die Bilder schaffen ja etwas ganz Neues teilweise und das, ja, das birgt eben auch viel Risikopotenzial, da feilt Apple bestimmt dran. Lass uns über Siri sprechen. Siri ist ja sozusagen der Elephant in so Ruhm. Ich habe gerade erst wieder das Erlebnis gehabt, dass ich über sie mich daran erinnern lassen wollte, eine Briefmarke auszudrucken und stattdessen wurde dann in meine Erinnerung Dietmar reingeschrieben. Mehr muss man da glaube ich nicht zu sagen zum aktuellen Zustand. Wie viel bessere Siri steckt denn gegenwärtig jetzt in der in der jetzigen Beta drin und dann natürlich vielleicht noch das, es ist ja eigentlich auch ein Downgrade dann nochmal für eben, wenn man es in macOS testet, weil da haben wir ja nicht diese schöne neue Optik, die es dann auch gibt. Also so ein bisschen neue Optik haben wir im macOS auch. Die ist natürlich tatsächlich nicht so schick wie das, was wir auf iPhone und iPad bekommen. Aber Siri sieht, das Siri Interface sieht schon auch auf dem Mac deutlich anders aus. Also du siehst schon, das ist jetzt neu. Das macht, also Apple macht da keinen Hehl daraus. Und wir hatten ja da glaube ich auch bei unserer letzten Episode zu dem Thema schon darüber diskutiert, ob das halt sinnvoll ist, dieses neue Interface mitzugeben, ohne dass im Unterbau eben schon auch die angekündigten größeren Neuerungen in Siri vollzogen sind. Weil die werden, die wirklich wichtigen Sachen, was Apple Intelligence und Siri angeht, die passieren 2025. Und zwar im Laufe, also sagen wir mal Frühjahr 25 frühestens und wahrscheinlich eher so im Lauf des ganzen nächsten Jahres und dann bis alle, oder alle bis größerer Teil von Apps, das unterstützt wird es dann noch viel länger dauern. Und das ist halt im Moment nicht vorhanden. Was aber vorhanden ist, ist eben diese neue Oberfläche, die eben auf dem iPhone und iPad sehr schick aussieht, ja, mit diesem barbernden, animierten, bunten Ding. Auf dem Mac ist es halt auch so ein bisschen bunter und du hast halt die Möglichkeit jetzt eben einfach per Text dann natürlich, was du ja auch jetzt schon in den Bedienungshilfen immer aktivieren konntest, aber du hast halt diesen Mischmodus. Du kannst halt entweder Textanfragen einfach per Tastatur reinprügeln oder du kannst halt mit Siri so sprechen, wie du es halt bis jetzt auch gewohnt bist. Und da, was das Sprechen angeht, ist tatsächlich die einzige Verbesserung zu bemerken, die ist auch jetzt in der Beta schon zu bemerken, ist nämlich, wenn man sich verhaspelt und seine Anfrage ändert und letztlich abbiegt von Apple, das war auch eins von Apple, aber auch eine von Apples Demos und es ist aber auch gut, dass es tatsächlich so funktioniert. Also die typische, ich sag mir das Wetter in Ort X, nein in Ort Y oder stell den Wecker auf 7 Uhr, nein stell ihn auf 8 Uhr. Solche Geschichten, also das funktioniert zumindest meistens jetzt und es funktioniert auf jeden Fall deutlich gefühlt. Ich meine, Siri ist ja auch das Problem, dass du natürlich unterschiedliche Ergebnisse rausbekommst. Ja, was an einem Tag bei Siri funktioniert, kann am nächsten Tag plötzlich nicht mehr funktionieren. Das kennen wahrscheinlich wir auch alle, dass das auch so ein frustrierendes Element eben von dem Sprachsystem jetzt schon ist, dass du halt keine Konsistenz hast, sondern manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, manchmal legt es die Erinnerungen an, Briefmarke ausdrücken und manchmal steht halt Dietmar in deinen Erinnerungen. Also so ist es einfach und man kann natürlich hoffen, dass zumindest jetzt bei dieser Erfassung oder dass die Spracheingaben, dass man sozusagen natürlicher formulieren kann und zu dieser Natürlichkeit gehört eben auch, dass man sich verhaspelt oder irrt oder seine Meinung nochmal während der Eingabe ändert. Wenn das natürlich am Schluss besser von dem System wahrgenommen wird, dann ist das sicher auch für Siri ein wichtiger Schritt nach vorne. Problem ist nur, es gibt noch keinen ernsthaften weiteren Schritt. Also das heißt, die Eingabe ist wieder verbessert worden. Die hat Apple in den letzten Jahren bei Siri eigentlich auch immer einen Tickweise verbessert. Aber das Problem ist sozusagen eher ja die andere Seite, was Siri mit dieser Eingabe macht und dann dir als Ergebnis liefert. Und da ist ja der große Haken und die großen Probleme in dem ganzen System, dass halt nichts Sinnvolles rauskommt in vielen Fällen. Der ewig währende Zwiespalt, wie mächtig möchte man Siri haben? Auf der anderen Seite, wie mächtig darf sie dann sein? Wir messen daran, wie gut sie funktioniert. Ja, also es muss halt, genau, um mächtig zu sein, muss es halt auch gut funktionieren, weil sonst rennen wir auch jetzt und das ist hoffentlich Apple auch bewusst, weil sonst rennen wir natürlich auch nächstes Jahr da in ein Desaster. Weil wenn Siri wirklich anfängt, dann Apps penibel steuern zu können, aber das funktioniert halt hinten und vorne nicht, dann haben wir echt eine Desaster-Situation. Weil wenn dann irgendwie, statt Schick, diese drei Dokumente an meine Teams aus dem, an meine Kollegen aus dem Team XY und stattdessen werden die drei Dokumente gelöscht oder an das falsche Team geschickt, was die auf keinen Fall erhalten sollte, dann haben wir halt ernsthaft, also Apple hat dann ein ernstes Problem und wir als Nutzer natürlich auch, weil es nervend ist. Ich habe deine Lebensversicherung erfolgreich verkauft. Ja, ja, also ich meine, man kann sich da ja wilde Sachen zusammen schon überlegen, was da schieflaufen kann. Wir möchten diese Geschichten hier besser dann nicht thematisieren, die daraus erwachsen könnten, wenn das nicht funktioniert. Ja, ich bin auch sehr gespannt, welche Entwicklung das mit Siri weiternimmt. Im Moment ist das ja wirklich die Frage, wobei ich auch schon gesehen habe, dass so, sag ich mal, Kontextanfragen jetzt dann bei einigen Tests auch schon besser gelaufen sind. Also dieses, ich muss nicht explizit nochmal sagen, wie ist das Wetter in Hannover? So, dann bekomme ich eine Antwort und dann gefällt mir das Wetter, ich möchte einen Ausflug dahin machen. Natürlich immer nach Hannover. Und dann sagst du, zeige mir die Route nach Hannover. Und früher war das ja immer so, du musst es immer wieder alles nochmal neu erzählen. Und ich habe jetzt im Test gesehen, dass es mal besser funktioniert, mal schlechter. Aber es ist zumindest irgendwie ein ganz kleiner Fortschritt schon erkennbar. Also ich, ja, ich habe es auch gelesen an verschiedenen Stellen. Ich hatte selbst bei mir, konnte keinen ernsthaften Vorteil an Kontextkenntnis reproduzieren in sinnvoller Form. Und Apple hat, was diesen Kontext angeht, auch schon in den, also auch die alte, das alte Siri-System hat auch schon ein bisschen, gerade jetzt im letzten Jahr oder so, diesen bisschen Kontext eigentlich gelernt, sodass du irgendwie eine Folgefrage stellen kannst. Also eben gerade dieses Beispiel, wie ist das Wetter in Hannover? Und dann zeig mir die Route dorthin. Das sollte theoretisch auch Siri in iOS 17.6 schon hinbekommen. Und tut, also tut es auch manchmal, aber halt nur manchmal. Und bei mir war es aber auch so, dass es mit Apple Intelligence auch ich nicht das Gefühl habe, das würde irgendwie zuverlässiger mit dem Kontext funktionieren, sondern da war es so, dass mir manchmal dann die Route nach Hannover oder Ort XY einfügen gezeigt wurde. Manchmal aber dasselbe Problem war, hey, hier ist ein Google-Ergebnis zu deiner Suche, zeig mir die Route, was, glaube ich, das Unhilfreichste von allem ist. Aber da, also das bleibt halt auch, das bleibt jetzt auch leider in der Beta eine steter Quell von Frustration. Dieses, hey, hier sind sieben Google-Ergebnisse, die nichts mit deiner Frage und dir nicht weiterhelfen zu tun haben. Das ist einfach nonstop, nonstop bei mir aufgetreten. Klar, wie gesagt, Beta, Beta, Beta. Aber ich meine, wir kennen Siri sehr lange und die Versprechungen eines besseren Siri-Systems kennen wir auch sehr lange. Und bis jetzt muss man halt oft konstatieren, dass es nicht wirklich besser geworden ist. Die sprachgebundene Zeige mir irgendwas-Taste. Ja, ja, ja. Also ich meine, vielleicht gibt es auch Leute, die total froh sind, dass sie da Websuchen angezeigt bekommen. Wer weiß, bitte E-Mails schreiben und mir das her erklären. Aber wenn du dir halt anschaust, was jetzt halt JGBT, der Audio-Modus inzwischen, was der halt so kann. Und ich meine, der liefert dir auch nicht immer super Fakten und alles richtig, aber du hast halt wirklich eine Konversation und du hast halt das Gefühl. Er verkauft es besser. Ja, viel besser. Also auch Nichtwissen wird besser verkauft und darin liegt auch eine Kunst. Und wenn man das so im Vergleich testet, ja, dann merkt man ganz klar, dass das bei Siri dann einfach so diese Defizite, hier hat die Programmierung ein Ende gefunden, halt dann sichtbar werden, während man bei Chat-GPT das Gefühl hat, so von wegen, der versucht einem irgendwie auf nette Weise mitzuteilen, dass er es nicht weiß, aber macht das sehr elegant und wie ein Verkäufer wird man in eine andere Richtung gedreht dann. Das ist wirklich sehr klug. Wenn man mal die bisherigen Bewertungen sich anguckt oder die bisherigen Ausprobiertests, die da gemacht wurden, dann ist ein Feature, was glaube ich unisono als Favorit benannt wurde, die Mail-Zusammenfassung, also sprich diese paar Zeilen, die ja eben die Mail dann auf den Punkt bringen. Bislang waren es ja meistens dann die ersten Zeilen der Mail, die mal mehr, mal weniger aussagekräftig sind. Also die unterstellen ja quasi, dass immer das Wichtigste vorne steht. Jetzt dann halt KI generiert die Möglichkeit. Geht dir das auch so? Ist das auch dein Favorit? Ja, das war das, worauf ich am Anfang der Sendung angespielt habe. Also das ist die Funktion, die ich jetzt tatsächlich nach diesen ein, zwei Wochen mit der Beta nicht mehr missen möchte. Also es ist einfach einfach massiv praktisch, diese E-Mail-Liste mit diesen kleinen Zusammenfassungen zu sehen in deiner Inbox oder überhaupt in der E-Mail-App. Das macht für den Alltag, für meinen Alltag und glaube ich wahrscheinlich auch für viele andere Leute im Alltag wirklich einen Unterschied und es ist eine so kleine, aber doch so essentielle Funktion und natürlich mit vielen Einschränkungen. Also eben auch das funktioniert im Moment wirklich zuverlässig nur mit englischen E-Mails. Manchmal geht es auch mit deutschen, aber es ist halt eigentlich auch nur auf Englisch ausgelegt und es funktioniert halt im Moment auch nur in Apple Mail oder auch in Apple Nachrichten, also in iMessage sind letztlich die zwei einzigen Apps, die das können und dafür gibt es keine Schnittstelle für Entwickler. Das heißt, eine andere E-Mail-App muss praktisch ihr eigenes KI-Modell da reinbringen. Ich weiß nicht, warum. Es ist halt lustig, diese Funktionen werden jetzt andere sich ja auch umsetzen. Es ist halt von der Idee, dieses Konzept der Funktionen ist halt ein super cleveres, dass sich Apple da ausgedacht hat und was, ich weiß nicht, also ich kannte es zumindest noch, vielleicht gibt es schon, irgendjemand hat sicher auch irgendeine andere E-Mail-App schon gesehen, wo vielleicht was ähnliches drin ist. Aber dass eben gleich diese Voransicht mit diesen Mini-Zusammenfassungen ausgerüstet ist, das ist eine so simple und so effektiv nützliche Funktion, dass es wirklich gut ist. Mit dem kleinen Haken, dass die KI natürlich keine Unterscheidungen zwischen der Art der E-Mails macht. Das heißt, die wird natürlich nicht nur die wichtige geschäftliche E-Mail zusammengefasst, sondern die wird natürlich auch Spam völlig nüchtern zusammengefasst und Spam und Phishing-Mails und alles wird hier natürlich genauso nüchtern zusammengefasst. Dann kommt halt irgendwie so, ich hatte gestern eine Mail in den Händeworks vorgestern, da stand irgendwie so, die Illuminaten wollen sie und ihre Familie einladen, Geld zu geben oder sowas. Ja, okay. Richtig. Und das Problem daran ist natürlich, also abgesehen davon, dass es lustig ist, ist das Problem natürlich daran, dass es Spam und Phishing so ein bisschen legitimer macht plötzlich, weil du hast so eine ganz nüchterne Zusammenfassung von vielleicht einer völlig abstrusen E-Mail und da weiß ich nicht so recht, ob wenn wir das, wenn du das halt im großen Spiel halt sozusagen auf alle Nutzer solche Funktionen loslässt, was das für Auswirkungen hat, was jetzt eben Spam und Phishing und Betrugsgeschichten angeht, ob wir da nochmal ein eigenes Problem mit dieser Geschichte bekommen. Aber, weil, ja, also Apple Intelligence filtert halt keinen Spam. Die KI überfasst halt alles zusammen, was man ihr gibt. Na, ist es egal, wenn deine Quelle halt Phishing ist oder eine Phishing-E-Mail, dann wird die natürlich auch pflichtgemäß zusammengefasst. Man kann da eigentlich der Funktion keinen Vorwurf machen, weil die arbeitet wie gedacht. Aber es ist halt ein Problem. Und von den US-Testern hat man ja auch gehört, da sind ja durchaus auch Phishing-Mails so, Achtung, dein Microsoft-Account ist gesperrt. Ja, solche typischen Phishing-Mails, die wir alle kennen, die wurden natürlich wegen der Dringlichkeit, die ja gerne in Phishing-E-Mails verwendet wird und vorgegaukelt wird, wurden die dann auch noch in die Prioritäts-Inbox verlagert. Das heißt, die erschienen ganz oben in der Inbox in der kurzen Zusammenfassung. Und du denkst, oh verdammt, muss ja jetzt nicht der Microsoft-Account, dein Apple-Account wurde gesperrt. Und du denkst, oh verdammt, mein Apple-Account wurde gesperrt. Und vielleicht klickt man einen Tick schneller drauf, ohne nachzudenken, wenn man dieses Siegel der Priorität und die Kurzzusammenfassung schon bekommen hat, als sonst. Aber das ist natürlich suboptimal. Ja, das ist nett formuliert. Das birgt natürlich ein großes Risiko. Wenn wir jetzt, also ich sage mal, diese sprachliche Geschichte mit der Zusammenfassung sehe ich jetzt das verglichen kleinere Risiko, dass aber ja, sage ich mal, dieses Warnzeichen, komische Sprache, was man ja, die Bank-E-Mail, die zum Beispiel völlig abstrus formuliert ist, ist ja ein Warnzeichen für viele nicht so versierte Nutzer. Pass auf, das ist wahrscheinlich eine Betrugs-E-Mail. Wenn allerdings dann zunehmend dann nur noch auf die Zusammenfassung geguckt wird, muss man natürlich immer sagen, Nutzer, du bist selber schuld, wenn du es dann eben, du hast die Verantwortung, du musst es dann zu Ende lesen, gerade bei solchen relevanten Geschichten. Aber es birgt natürlich das Risiko, dass das dann plötzlich einen sprachlich besseren Anstrich bekommt in der Zusammenfassung und dann wirklich seriös wirkt und dann, dass dann tatsächlich Leute reinfallen. Aber ich weiß halt nicht, nee, also ich würde Apple da jetzt nicht den Vorwurf machen, sondern tatsächlich sagen, das ist eher eine Frage von Nutzungskompetenz, dass man eben sehen muss, okay, diese Zusammenfassung ist völlig wertfrei. Ich muss tatsächlich jetzt bei irgendwelchen Sachen, die bei mir eine Aktion auslösen sollen, halt immer noch die echte E-Mail auch nochmal gegenchecken und da reingehen, bevor ich das irgendwie Geld überweise oder meine Log-In-Daten irgendwo hinterliege. Aber das mit der Priorität sehe ich als viel gefährlicher an, weil das ist in der Tat, das bekommt natürlich gerade für den Laien einen Anstrich, dass er sich dann fragt, der Computer wird doch einen guten Grund haben, also wird doch womöglich dann doch was dran sein. Also das wird vielleicht viele Fragezeichen hervorrufen, aber das ist natürlich so, erst einmal das ist der Preis, den man zahlen muss, weil irgendwie diese Systeme halt in eine Welt reinkommen, die, wo natürlich auch sich Leute immer wieder was Neues einfallen lassen werden, um die Leute übers Ohr zu hauen. Also selbst wenn man das jetzt ausschließt, wird es morgen einen Trick geben, der zumindest zeitweise funktioniert und die Intelligence da auch an der Nase herumführt. Diese Prioritätsfunktionen sind davon aber abgesehen, dass sie eben offensichtlich mitunter auch Phishing-E-Mails nach oben sortieren. Die haben bei mir noch relativ unzuverlässig insgesamt funktioniert, aber wenn sie funktioniert haben, waren sie sehr gut und haben auch E-Mails nach oben sortiert, wo ich sagen würde, okay, die hatten wirklich Priorität. Das war von mir aus so eine Google-Sicherheitswarnung. Jemand hat sich bei deinem Account angemeldet, das war ich selbst, also keine Phishing-E-Mail, sondern legitime E-Mail, die mich darauf hingewiesen hat, dass es eine neue Anmeldung gibt. Da war es sinnvoll, die nach oben zu sortieren. Oder auch so eine Geschichte wie, ich brauche irgendwie bis morgen um elf dieses Dokument oder Hilfe bei irgendwas und dann wurde auch, hat Apple Intelligence erkannt, okay, da ist eine Deadline in der E-Mail, die hat wahrscheinlich Priorität und hat die nach oben gesetzt. Also das war auch eine legitime E-Mail. Also da war es, hat in mehreren Fällen sehr gut funktioniert, wo ich sagen würde, ja, okay, das war alles sinnvoll. Und ich glaube, irgendwie nicht lustig, aber eine deutsche DHL, dein Paket kommt heute, Benachrichtigung, hat auch mit Priorität nach oben gesetzt. Da kann man drüber diskutieren, hat das wirklich so viel Priorität, solche DHL-Lieferbenachrichtigungen ganz nach oben in die Inbox zu setzen? Aber ich meine, wenn du auf ein Paket wartest, dann willst du das vielleicht gern auch erfahren. Also ich wollte das dann auch nicht abwerten, dass da plötzlich die HL-Benachrichtigungen bei mir in der Prioritäts-Inbox gelandet sind. Das ist wie bei der Erstellung eines Podcasts, was ist wirklich wichtig, ne, so ein bisschen Subjektivität spielt da natürlich auch mal noch dann hinein bei dem Thema. Mit Blick auf die Zeit, und wir haben ja auch diesen wunderschönen Artikel von dir, wo ja auch alles nochmal dann zusammengefasst ist und vertieft wird, also es sei nochmal ans Herz gelegt, Heise Plus gibt es diesen Artikel, erster Blick auf die Apple Intelligence. Haben wir jetzt Funktionen sträflich vernachlässigt, die du da noch getestet hast, die du als besonders herausragend empfunden hast? Ne, ich glaube, wir haben, also die wichtigsten Sachen haben wir, glaube ich, abgehandelt. Das ist natürlich, ich meine, diese Ebenen, was ganz nett ist, vielleicht noch nur zur kurzen Anmertung oder interessant zumindest, sind ja diese Smart Replies. Das war ja auch was, was Apple groß beworben hat, also schnell antworten letztlich für E-Mails und iMessages oder Nachricht, Apple Nachrichten App. und die waren so ein bisschen durchmischt. Ich meine, klar, ich bekomme halt natürlich auch immer viele E-Mails auf Deutsch logischerweise, insofern funktioniert das bei vielen E-Mails, bei mir ja gar nicht im Moment. Bei anderen Sachen, ich habe das natürlich manchmal auch dann einfach mit Newslettern auf Englisch ausprobiert und da ist natürlich albern, auf Newsletter E-Mail-Antworten zu schicken, aber da merkst du natürlich dann auch, das Sprachmodell hangelt sich einfach an dem halt entlang, was es hat und geliefert dir dann halt diese smarten Antworten und teilweise eben auch so Auswahlmöglichkeiten, dass du halt direkt, wenn das Sprachmodell erfasst hat, dass in der E-Mail eine Frage gestellt wird, dann liefert es dir schon Antwortmöglichkeiten, die dazu passen. Das ist natürlich durchaus sinnvoll, gerade für so Einladungs-E-Mails oder so mit wie vielen Personen und das ist auch das, was Apple gezeigt hat, aber das scheint gut zu funktionieren, auf Englisch natürlich wohlgemerkt und da gibt es, dazu gibt es natürlich an dem Punkt ist auch das erste, waren die ersten Male, dass ich gemerkt habe, dass eben auch Apples Sprachmodell diese Halluzinationen durchaus entwickelt, nämlich wenn Elemente in dem Text, also wenn praktisch die E-Mail, wenn Informationen in der E-Mail gefehlt haben, konnte es passieren, dass praktisch das Sprachmodell sich diese Informationen selbst ausgedacht hat, weil es halt diese Zusammenfassung liefern wollte, aber keine Antwort darauf in der E-Mail gefunden hat und dann kam halt, es war halt auch irgendein Newsletter oder sowas, der praktisch nur so einen Anreißer hatte und dann halt verlinkt hat auf die Webseite zu dem, zu so irgendeinem albernen Thema, so ich lebe schon 27 Jahre in Deutschland und Deutsche sind immer und dann hat sich halt Apple Intelligence irgendwie ausgedacht, ja, Deutsche, Germans, die sind immer irgendwie pünktlich und wollen ihre Sätze beenden oder so, ja, okay, kann sein, aber steht halt absolut nicht in der E-Mail, es stand auch nicht an der Webseite, auf die die E-Mail verlinkt hat, also es war auch nicht so, dass jetzt irgendwie Apple Intelligence super clever dem Link gefolgt ist und dann irgendwie so Web-Scraping gemacht hat und geschaut hat, was auf der Webseite steht, sondern das Modell hat sich das einfach ausgedacht, weil die Information gefehlt hat, ist ja, das ist ja, so arbeiten ja die Sprachmodelle, ich meine, kann man eben auch darüber diskutieren, ob das wirklich ein Fehler ist, aber das heißt natürlich, diese Form von Halluzinationen im Sinne von erfundenen Elementen in einer, also erfunden hat da so eine Wertung, weil das heißt, dass es sich das System, dass dieses Sprachmodell sich die selbst ausdenkt praktisch, aber es muss halt, es ergänzt halt einfach diesen verdammten Text und wenn halt, wenn diese Informationen in der Eingabe fehlen, dann kommt halt einfach das als Wahrscheinlichkeit aus der Ausgabe raus, was halt da ist und wenn halt die Deutschen in den Trainingstexten immer pünktlich sind und ihre Sätze beenden, dann schreibt halt das KI-Modell das in dem Fall auch rein und da muss man halt drauf aufpassen, also wenn Zusammenfassungen können halt richtig sein und waren bei mir auch meistens richtig, aber wenn halt Sachen vielleicht in der E-Mail gefehlt haben, dann kann es auch sein, dass sich da Apple Intelligence seine eigene Zusammenfassung ausdenkt mit Dingen, die halt nicht in der E-Mail standen. Ja, das ist die Krux mit den Wahrscheinlichkeiten halt dahinter. Wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass wir die Apple Intelligence künftig zusätzlich bezahlen müssen? Das ist ja zur Zeit jetzt wieder gerade im Gespräch, dass Apple ja eben plant, langfristig das Ganze mit einem Abo-Modell zu belegen. Natürlich auch abhängig von kommenden Funktionen. Ich glaube, langfristig würde ich es als ziemlich wahrscheinlich einstufen. Also jetzt mit dem ersten Funktionsumfang, auch wenn der komplett ist, kann ich es noch nicht richtig sehen. Das erscheint mir sehr weit gegriffen, dass man dafür Geld verlangt, aber wir wissen, dass einfach Apples Apples Services-Geschäft ist zu groß und zu wichtig inzwischen, um halt links liegen gelassen zu werden. Und sie haben jetzt schon lange keine neuen Dienste mehr gestartet und rund um Apple Intelligence wird es sich halt massiv anbieten, früher oder später ein Paket zu schnüren, also ein zusätzliches Paket zu schnüren, für das du halt Geld bezahlen musst oder was halt in ein bestehendes Abo integriert ist, ein Bundle, Apple One. Also ich meine, sie können ja ihre Bundles da einfach pushen und natürlich dann auch anders zusammenstellen. Aber diese Spekulationen, die halt jetzt lustig einfach ins Blaue geraten sind, sehe ich auch als sehr realistisch, einfach aus der Marschrichtung, die Apple eingeschlagen hat. Und Dienstegeschäft ist wichtig, Apple Intelligence ist ein Dienst, also muss der früher oder später eventuell auch zu Geld in einer anderen Form gemacht werden. Weil jetzt ist ja alles gratis praktisch. Also du bekommst ja, du bekommst ja das als Systemfunktion, also gratis natürlich, man kann sagen, du bezahlst natürlich mit dem Kauf der Hardware mit, aber du bekommst es halt als Teil der Systemfunktion, als ein kostenloses Update jetzt halt auf deine, auf dein Gerät. Ja, also ich sehe, ich sehe beim momentanen Funktionsumfang, muss ich sagen, schwerlich den, den Ansatzpunkt dafür Geld zu verlangen, weil man ja nicht ausblenden kann, dass im Webbrowser oder auch teilweise in Dritt-Apps die Konkurrenz lauert und die ja eben ihre Basisdienste ja auch kostenlos anbieten und da teilweise ja eben auch schon mehr können, als das, was Apple jetzt ins System direkt integriert. Aber so in die Zukunft gerichtet, sage ich mal, gerade im generativen Bereich, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da hier und da so Sachen gibt, wo man sagt, okay, das hat schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal oder das unterscheidet sich vielleicht auch von der Performance her. Das ist ja auch das, was dir die, die anderen KI-Anbieter häufig offerieren. Meinetwegen, Claude, dass du eben im Basismodell, es ist mittelmäßig gut und normal schnell und wenn du eben dann den, den teureren Tarif wählst, dann ist es rasend schnell und ist mit noch mehr trainiert. Das kann ja auch durchaus ein Anreiz sein, wenn du, sage ich mal, Power-User wirst von der Apple Intelligence, wenn du beispielsweise bei der Arbeit mit Texten und dann sagst, okay, es darf gerne noch ein bisschen schneller sein und es darf die Texte noch besser redigieren, dann ist das ja vielleicht auch durchaus eine Investition, die sich dann schnell auszahlt. Ja, seien wir mal gespannt, aber ich sage mal, der erste Schritt ist ja, das wirst du überhaupt bekommen. Das ist ja jetzt, das steht ja an erster Stelle und das gilt ja nun einerseits weltweit, es ist recht absehbar, für die EU müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht, wann Apple da irgendeine Art von Zeitplan benennen kann, einerseits, was die Sprachen angeht, aber andererseits eben auch dann eben, was die, die Gebietsverfügbarkeit dann angeht. Wir werden das ja wie immer verfolgen, mitverfolgen, begleiten, kommentieren und ja, Leo, wenn du jetzt nicht noch irgendeine Halluzination hast oder eine Eingebung, die wir hier noch thematisieren müssen. Nee, keine Eingebung, glaube ich, nur als abschließender Satz dazu, dass es sehr interessant ist, die Reaktionen jetzt zu beobachten, die ja auf der einen Seite auch darauf hinauslaufen, so, das ist irgendwie total Pille-Palle, was jetzt Apple da halt gebracht hat, weil das sind alles KI-Funktionen, die man natürlich in anderer Form schon kennt. Würde ich sagen, ja, ist auf der einen Seite richtig, das ist irgendwie nichts, nichts wirklich revolutionär weltbewegendes, was jetzt da ist, aber es hat halt ein anderes Level, weil es halt jetzt einfach Teil des Betriebssystems ist und wir sehen ja gerade so, wir kratzen so an dem kleinsten Anfang von dieser Geschichte, also Apple Intelligence ist ein Riesenprojekt und das wird, wird diese Betriebssysteme auch mindestens langfristig radikal verändern, also ich glaube, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen und da kann man auch sagen, okay, jetzt, du kannst dich auch dagegen entscheiden, ist ja auch wichtig, das nochmal festzuhalten, man muss Apple Intelligence, wenn es verfügbar ist, man muss es nicht aktivieren, man braucht dieses Sprachmodell nicht auf sein Gerät zu lassen, also man kann da einfach den Schalter auslassen, man kann auch Siri weiter benutzen, ohne Apple Intelligence, also diese Wahlmöglichkeiten bestehen, bislang scheint es Apple das alles nicht zu verknüpfen und dann hat man damit auch weiterhin erstmal nichts zu tun, wenn man da das nicht möchte, wo man sich ja auch für Argumente findet, das zu sagen, hey, ich will damit gar nichts zu tun haben, aber ja, also wir werden, sehr interessant, wo da die Reise jetzt hingeht für iOS, iPadOS und macOS und natürlich dann auch die anderen Betriebssysteme, für die halt Apple Intelligence bis jetzt völlig fehlt, ja, also WatchOS und VisionOS, alles da und der Homeboard, ja, die großen Fragezeichen. Ja, da bin ich aber völlig bei dir, ich denke, wir sind gerade an der Schwelle zur wesentlich spannenderen Entwicklungsstufe bei der KI, nämlich der Phase der Konsolidierung, nicht mehr so dieses von wegen, das könnte möglich sein und irgendwelche Sachen, die Zukunftsvisionen sind, sondern tatsächlich, wie viel wird in unseren Alltag verankert und gerade die Betriebssysteme stellen das ja eben auch auf eine breite Basis, da ist es dann ja auch wirklich so, dass ja eben das dann an sehr viele Nutzer herangetragen wird und dann auch eben nicht mehr so diese Hürde, die da genommen werden muss, ich muss jetzt zum Sprachmodell gehen, ich muss jetzt auf die Website des Anbieters gehen, sondern es ist eben ein Klick weit entfernt und das wird sicherlich dann Folgen haben, im besten Falle gute, nämlich, dass wir hoffentlich mehr fehlerfreie Texte zu lesen bekommen in sozialen Netzwerken und in Briefen und so weiter, das wäre ja ein schöner Effekt, hoffentlich weniger, dass irgendwie alles so wie Einheitsbrei ist und viel halluziniert wird, aber ich meine, wenn es schöne Halluzinationen sind, warum denn nicht? Wenn die Geschichten besser werden dadurch, wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt mit den Halluzinationen. Wir schauen uns das an. Leo, ich danke dir einmal mehr und danke auch allen, die uns da natürlich zugeschaut und zugehört haben. Wir freuen uns wie immer über Feedback an podcast at macandeye.de. Gerne auch natürlich Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts, freuen wir uns auch darüber und ja, ansonsten hören und sehen wir uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Ciao Malte. 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 Ciao Malte.